hallo ich bin die uschi von stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch so eine kleine dreiecks box bauen und zwar lässt sich die hier oben öffnen und dann kann man die ganz einfach hier drauf machen und kann wunderschöne leckereien verpacken oder ein kleines geschenk oder auch vielleicht mal ein geldschein mit einem kleinen kärtchen dabei so jetzt will es nicht mehr rein und das möchte ich heute mit euch machen und zwar als erstes brauchen wir ein stück designer papier in den maßen 21 x 10 cm gefalzt wird es auf der langen seite bei 6,5 cm bei 13 cm und bei 19,5 cm das war es an falzen auch schon dann falzen wir es nach so und dann brauchen wir stücke farb karton einfach so reste die ihr noch habt und dann aus diesen aus diesen bestickten dreiecken brauchen wir dieses drittkleinste oder viertgrößte je nachdem wie ihr sehen wollt und das legen wir uns jetzt auf ein stück farb karton auf nehmen ein falzbein also ich habe das hier bei unserem aufhebhelfer ist hier eins dabei legen das hier an und dann zeichnen wir die kontur nach sollte uns nach möglichkeiten nicht verrutschen und das ganze brauchen wir zweimal das sind dann diese seitenwände hier ihr dürft es nur nicht zu knapp an rand anlegen weil wir brauchen nämlich noch eine klebelasche dann so und dann schneiden wir ungefähr so ja so acht bis zehn millimeter also so knappen zentimeter ringsrum hier könnt ihr es entweder mit dem papierschneider machen oder per hand dann knicken wir und falzen sie nach beim zweiten teil genauso und dann schneiden wir hier die ecken ab direkt überall vom spitz einfach gerade rüber schneiden dann nehmen wir uns das designer papier wieder her und vorne an dieser einsteck lasche die runden wir uns mit dem ecken ab runter ab dann bringen wir auf zwei von den drei klebelaschen bei den dreiecken doppelseitiges klebeband an auch auf beiden stücken so dann tausche ich hier gerade mal das eine teil aus dass ich hier die spitze habe dann ziehen wir die klebebänder ab so und ihr müsst euch das dann quasi so vorstellen und nur an diesen beiden seiten wird es festgeklebt die bleibt auch nicht offen also müssen wir quasi dieses teil als erstes anlegen dann lege ich es mir so hin und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen und zwar diese falz naht oder falznase die muss außerhalb liegen also das dieses teil darf nicht drüber sein sondern es muss genau an der inneren kante von der falz linie anlegen und dann müsst ihr gucken dass es oben und unten in etwa gleich habt und dann fest drücken dann machen wir das gleiche bei der anderen seite also hier ist die klebelasche und hier ist die klebelasche auch hier schön anlegen andrücken und dann die zweite seite hier drauf kleben und hier von innen dann nochmal schön andrücken dann die beiden laschen reinschlagen und dann könnt ihr es auch schon reinstecken so und dann habe ich ein etikett das habe ich schon vorbereitet da habe ich den spruch aus dem stempel set garten eden fühl dich umarmt das habe ich hier mit gold embossed ich weiß nicht ob man das so sieht ja ich glaube schon und da habe ich diese stempel noch unten drauf gemacht das positionieren wir uns jetzt mit dimensionless hinten drauf vorher wollte ich noch klitzis drauf machen noch der ist nicht ganz willig dann in der mitte drauf setzen ich brauche da immer die pinzette dazu sonst kann ich das nicht dann nehmen wir noch schleifenband fahren das von unten durch das etikett durch also da wäre es wichtig dass ihr in der mitte dann kein dimensionless hin macht so mit den schleifen habe ich es immer nicht so die könnt ihr bestimmt besser als ich so dann das band noch ein bisschen einkürzen und schon ist so eine kleine dreiecksbox ziemlich zügig fertig und man braucht eigentlich gar nicht viel nur ein stück designer papier und zweimal diese dreiecke jetzt wünsche ich euch ganz viel spaß beim nachbasteln bis dann tschüss all together all together Stampin' up, stampin' up Putting it together right now Stampin' up